Aufnahme? Läuft. Handy aus? Handy ist aus. Tee oder Kaffee? Tee. Ein Schoko-Orange-Chai schießt mich tot. Oh, das ist aber heute ganz verwegen. Ganz verwegen, ja. Auf das Schoko hätte man irgendwie verzichten können. Ich wollte bloß irgendwas schön würziges haben, das trotzdem Tee hat. Und ich bekomme hier gerade noch ein Telegramm reingereicht. Hier steht, es wurde ein neuer Himmelskörper entdeckt. Ach, tatsächlich? Ich glaube, es ist der Mars. Okay, gut. Dann sind wir mal gespannt, was uns dieser neue und aufregende Himmelskörper zu bieten hat. Ja, wahrscheinlich Wasser. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast Folge 68. Ich begrüße dich, ich begrüße wieder den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Und trotz deines angeschlagenen Ohres nehmen wir heute auf, damit wir nicht wieder so stark aus dem Rhythmus kommen. Aber es kann sein, dass wir die Aufnahme etwas kürzer halten müssen, dieses Mal, falls Frank wieder zugeht. War auch, ja, nicht nur das, es war auch, es war etwas kürzer. Also die Zeit zur letzten Sendung war einfach kürzer. Es ist nicht ganz so viel vorgefallen. Ja, aber wir wollen ja. Und es ist vor allen Dingen noch nichts runtergefallen. Es ist alles noch oben. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, könnte es sein, dass das alles schon wieder unten ist. Ja, mal schauen. Ich hoffe nicht, dass die Folge diesmal so lange dauert zu veröffentlichen. Von dem her sollte vielleicht noch alles oben sein. Aber auf Tiangong 1 kommen wir später noch zu sprechen. Wollen wir kurz mal den Couch-Gag auflösen. Können wir machen. Da gab es ja, oh, was war das? Das waren, das Problem mit Astronomen ist ja, meistens sitzen die einfach nur in irgendwelchen Kellern und steuern irgendwelche Teleskope zu irgendwelchen Koordinaten. Und da ist dann jemandem aufgefallen, oh, hoppla, an der Koordinate oder in der Ecke, die ich aufgenommen habe, ist ja plötzlich ein sehr heller Fleck. Und dann hat er sofort dahin, wo man sowas hinschickt, eine Nachricht geschickt. Da ist ein besonders heller Transient an dieser Stelle des Himmels. Und 40, 50 Minuten später hat er dann noch eine Korrektur weitergeschickt. Wie sich herausstellt, war das der Mars. Ja, das ist eine sehr süße Geschichte. Das ist Peter Dunsby von der Universität Kapstadt und der die Beobachtung am 20. März 2018 im Astronomers Telegram veröffentlicht, also so einer kleinen Nachrichtendienst, der anscheinend schon sehr lange im Internet existiert, nach dem Webseiten-Design zu schließen. Und kurz danach kam halt das Erratum dazu. Aber das Astronomische Telegram hat Peter Dunsby auch eine Urkunde ausgestellt für die Entdeckung des Marses. Ja, Humor haben die Leute. Ja, also es war sehr niedlich, hat ja auch nicht lange gedauert. Genau, die Nachricht wurde um 9.14 Uhr veröffentlicht und um 9.54 Uhr kam die Korrektur hinterher. Ja, wie gesagt, was kann passieren, weil ich habe beispielsweise auch zurzeit nicht mehr im Kopf, wo genau sich jetzt gerade welche Planeten aufhalten, einfach weil ich nicht mit Teleskopen mehr beobachte, nicht zurzeit. Und ja, da geht es den Menschen wie den Leuten. Also ist ein Problem, passiert. Ja, genau. Meistens, wenn sowas passiert, dann wird das halt eher abgefangen, bevor das irgendwie mehr Leute mitbekommen. Aber naja, wie es halt so ist. Ja, aber man steckt mal so tief drin, dass man so offensichtliche Sachen wie den Mars gar nicht mehr denkt. Gut, dann kommen wir mal zu unseren Standardkategorien vor den eigentlichen Themen. Da haben wir zum einen mal den Unterstützerdank und da kam eine etwas größere Spende vom HORI rein, auf Franks Spendenkonto, aber hat gesagt, wir sollen das teilen. Die ist genau adressiert an unser IOC-Projekt, weil wir wollen ja im Oktober zum Internationalen Astronautischen Kongress nach Bremen fahren und haben ja dazu aufgerufen, dass ihr auch größere Einzelspenden und Spenden könnt mit dem expliziten Verwendungszweck des IRC-Besuches, und das hat der HORI als Erster oder Erste, ich weiß ja nicht, jetzt gemacht. Jo, vielen Dank jedenfalls. Du kennst den Klarnamen. Ist es Erster oder Erste? Erster. Erster, okay, gut. Ja, du wolltest was gerade sagen? Ja, Geld ist heil angekommen. Genau. Und Hotel ist auch schon gebucht. Genau. Also wir werden auf jeden Fall da sein. Ja, jetzt müssen wir ja, jetzt haben wir ja Spenden mit einem Verwendungszweck bekommen, sonst müssten wir die ja zurückzahlen. So ungefähr, genau. Nee, wir werden das durchziehen. Du bist ja, du hast ja keine Probleme, du hast ja einen Presseausweis. Ich stehe auch schon in Kontakt und es scheint auch gut, dass ich auch als Social-Media-Influencer akkreditiert werde und mir kein Ticket kaufen muss. Ansonsten müsste ich, glaube ich, nochmal 100 Euro für ein Studententicket zahlen, was im Notfall auch möglich wäre. Also, sagen wir mal, zu 90 Prozent fahren wir dorthin und sind schon sehr gespannt. Sollen jetzt, glaube ich, Mitte April werden die, wird das Programm veröffentlicht. Wir haben irgendwie über 4000 Abstracts eingereicht bekommen im technisch-wissenschaftlichen Bereich des Kongresses und ja, wir sind schon sehr gespannt, wie das laufen wird. Elon Musk wird ja wahrscheinlich dort auch wieder einen seiner Vorträge halten. Ist abzuwarten. Ja, bis jetzt hat er das schon zweimal gemacht. Ja, das letzte und das vorletzte Mal, ne? Ja, genau. Wobei das letzten Endes, ich habe da begrenzte Erwartungen dran, weil letzten Endes kannst du sowieso keine Fragen mehr stellen, nachdem die Leute da sich beim vorletzten Mal so besoffen haben. Ich weiß nicht, war das beim vorletzten Mal besoffen oder bekifft? Da müsste man schauen, wie weit die Legalisierung von Marihuana in New Mexico zu dem Zeitpunkt fortgeschritten war. War es Mexiko oder New Mexico? Ich glaube, es war New Mexico, oder? War doch USA. Nee, Mexiko. Oh, ich meine... Nee, ich glaube, es war Mexiko. Okay. Okay, Mexiko Marihuana legal. Nee, soll 2018 Marihuana legalisiert werden in Mexiko. Dann waren sie offiziell nur betrunken. Dann waren sie offiziell nur betrunken und inoffiziell bekifft. Auf jeden Fall haben sie... Das war aber auch ein bisschen ein Organisationsfehler. Man hätte die Fragen vorscreenen müssen und schauen müssen, was da für Schwachsinn kommt. Ja, ich kenne das immer bei den... Es gibt diese Long Now Foundation. Und die haben so Seminare, was letztendlich Vorträge sind. Da werden dann auch Publikumsfragen gemacht. Und da heißt es einfach, ihr habt Karten. Während des Vortrages gehen Leute rum. Ihr könnt die denen geben. Und es wird dann diskriminierend ausgesucht, welche Frage vorgelesen wird. Und der wichtigste Diskriminierungsgrund ist, dass die Frage lesbar ist. Lesbar geschrieben hilft. Ja, also herzlichen Dank dafür, Hori. Und wir möchten auch gerne allen unseren namentlichen Spendern und Spenderinnen auf Patreon danken. Und diesmal sind das der Johannes, Jochen, Ronald, Thomas. Ich möchte ja vorheben mal ganz kurz, außer der Reihe, dass der Ronald mittlerweile unser fleißigster und andauernder Spender ist. Lifetime, also auf die Gesamtzeit gesehen. Also hier nochmal besonderen Dank dafür. Dann haben wir jetzt auch regulär den Hori, Falco, Packelwuding, Markus, Mehm, Murdoch, Fabian, Sandra, Juliano, Hans, B-Bone, Pingu, Rominger, Raw Iroh, 19 Grad, Torben, Martin und den Sebastian. Herzlichen Dank dafür. Wir danken natürlich auch allen unseren anonymen Libera-Spenderinnen und Spendern. Wir sind jetzt mittlerweile bei 15 Fördernden angekommen, die uns wöchentlich Geld überweisen. Das ist sehr schön. Und hilft natürlich auch neben dem IRC-Projekt, uns bei uns die laufenden Kosten zu decken. Und ja, auch so Sachen wie Reisekosten zu bezahlen. Weil wir sind ja nicht nur auf dem IRC dieses Jahr, sondern auch auf dem New Space, auf der New Space Visions-Konferenz Ende April, die parallel zur internationalen Luftfahrtausstellung, ILA, in Berlin stattfindet. Dort werden wir auch dagegen sein. Das ist eine kleinere Konferenz, aber nichtsdestotrotz bestimmt sehr interessant. Ja, auf der ILA wird wieder auch ziemlich viel Raumfahrtgedöns da sein. Die Oberstufe einer Ariane 5-Rakete soll wohl da ausgestellt sein. Zwei vollständige Booster von der Ariane 6. Habe ich irgendwie mitbekommen. Und sicherlich noch diverse andere Leute. Sicherlich auch wieder ein paar Ukrainer. Wenn sich in der Hörerschaft durch Zufall jemand findet, der auf der ILA ist und Russisch kann, das wäre super. Dann könnte man sich mit den Typen mal unterhalten. Oder ukrainisch. Ja, oder ukrainisch. Aber ich glaube, die haben sich tatsächlich mit Russisch unterhalten, im Wesentlichen, weil irgendwie lingua franca. Das ist interessant. Die folgenden Personen wird einmal ermäßigt das Ticket. Die Tickets sind ja gar nicht so teuer für die ILA. Privatbesucher 22 Euro. Ermäßig für Schüler, Studenten und Auszubildende und mobilitätseingeschränkte Personen 14 Euro. Ja, es ist okay. Es ist auch recht weitläufig. Man kann da durchaus fit bleiben. Du bist aber am Fachbesuchertag da, oder? Ja, ich bin am Fachbesuchertag da. Da ist es auch noch nicht ganz so voll. Genau, Privatbesuchertag ist dann das Wochenende 28. 29. Wer vorhat, da hinzugehen, ganz wichtiges Mitbringsel ist immer Sonnenmilch. Wo ist denn das? Schönefeld. Okay. Ja, ich bin da in der Wochenende auch im Potsdam. Könnte man vielleicht überlegen, ob man da mal hingeht. Also so als Privatbesucher. Ja, spannend. Ich glaube, du könntest doch fragen, ob du als Fachbesucher reinkommst. Ja, ich komme ja erst am Donnerstagabend an. Ach so, du hast da gar nicht die Chance. Genau, ich habe da, ich habe da nämlich Uni die Woche und fahre dann Donnerstag nach der Uni und bin dann Freitag für die Konferenz da und dann schauen wir mal, was ich an dem Wochenende mache. Gut, das soll es monetär gewesen sein. Feedback hatten wir diese Woche, soweit ich das mitbekommen habe, keines. Und dann kommen wir zu unseren Themen. Frank, wieso fängst du denn nicht mal mit einem deiner Themen an? Ich habe jetzt gerade so viel erzählt. Du hast so viel erzählt. Okay. Ja, wir hatten ja schon angekündigt oder drüber gesprochen, klein wenig. Tiengung 1, noch ist es oben, soll wohl als Aprilschatz runterkommen, irgendwann am 1. April, plus minus ein Tag. Mehr oder weniger. Ich glaube, darauf hat man sich so geeinigt. Und ist natürlich in den Medien, was soll ich sagen, an allen möglichen Ecken und Enden, ist dir irgendwie was sehr ins Auge gefallen? Ich weiß nicht, ich werde davon ja immer etwas erschlagen, wenn dann irgendwie so eine unkoordinierte Medienkampagne stattfindet, wo dann irgendwie alle den gleichen Unsinn schreiben und dann kann ich nicht mehr sagen, wer was Hauptsinniges geschrieben hat. Ich habe mal in den Heiser-Artikel reingelesen, der behauptet, die Station sei außer Kontrolle geraten, was ja im Grunde auch stimmt, aber es klingt so ein bisschen wie, kennst du diesen Katastrophenfilm, wo so ein Atom, nukleare Atom-Truck außer Kontrolle gerät und aufgehalten werden muss? Wie heißt denn das? Arrow, glaube ich, heißt der Film. Frage mich nicht. Ich kenne diverse Filme, aber der sagt mir jetzt gerade nichts. Operation Broken Arrow, sowas? Ja, aber Operation Broken Arrow, war das nicht irgendwie was mit … Genau, also Operation Broken Arrow ist ein Quotwort für das US-Militär für Un- und Zwischenfälle, in denen Nuklearwaffen involviert sind und … Ja, ja, wenn irgendwie so ein Flugzeug langgeflogen ist und eine Atombombe nebenbei verloren hat. Genau, und Operation Doppelpunkt Broken Arrow ist ein US-Militärwaffen-Action-Film, das Regisseur John Woo aus dem Jahre 1996 besetzt mit John Travolta und Christian Slater in den Hauptrollen unter anderem. Ähm, und genau, da geht's halt darum, dass, äh, genau, Tarnkappenbomber, Testflugzeug, Schleudersitz, Söldner, ähm, genau, und es geht, genau, es geht um einen Zug, der eine Nuklearbombe transportiert und, äh, der außer Kontrolle gerät oder gekidnappt wird. Also genau, daran muss man denken. Ich hatte irgendwas mit Flugzeugen im Kopf und vielleicht noch mit Helikoptern, aber nicht mit einem Zug. Genau, es geht um einen Zug. Okay, muss den vielleicht irgendwann nochmal angucken. Sehr, sehr lange her. Und, ähm, genau, also, man denkt so ein bisschen an Außer-Kontrolle geraten, aber im Grunde, ja, hat man, haben die Chinesen gesagt, wir brauchen die nicht mehr und jetzt stürzt sie halt irgendwann mehr ab. Ne, nicht so ganz, äh, die, die Mission von Tiengung 1 ging offiziell bis 2013. Und, äh, dann war aber sehr schnell absehbar, äh, dass die nächste Raumstation Tiengung 2, äh, etwas später kommt. Also, irgendwie gab's Verzögerungen, irgendwelche Probleme. Wahrscheinlich, äh, auch, äh, im Zusammenhang damit, dass Tiengung 2 ja dafür gedacht ist, dass man, ja, haben sie ja gemacht, ne, äh, dass man auch einen Frachter mit hochschickt. Und, äh, da Dockingmanöver übt, äh, nachgetankt, also, äh, den Treibstofftransfer hat man geprobt und so weiter und so weiter. Und das Ding musste gestartet werden mit einer Langmarsch-7-Rakete, beziehungsweise, ja, doch, Langmarsch-7-Rakete. Und, äh, aus dem Weltraumbahnhof Wenchang und das hat sich irgendwie alles zusammen, äh, etwas verzögert und, äh, dann war halt klar, okay, äh, wir können das Ding jetzt runterholen, aber dann haben wir keine Raumstation mehr oben. Und, äh, und dann, äh, wurde halt die, die Mission verlängert und, ja, man hat regelmäßig den Orbit von der Raumstation wieder angehoben und, äh, irgendwann so 2016 hat man dann zwischendurch, äh, mindestens mal kurzfristig, aber wahrscheinlich auch dauerhaft, äh, den Kontakt verloren und seitdem, äh, ist das, ist die Raumstation halt einfach bloß im All getrieben. Langsam, rotierend und, äh, ja, halt ohne Antrieb, ohne Lagerkontrolle und alles. Und, äh, ja, das geht halt eine Weile gut, äh, bis es nicht mehr gut geht und, äh, jetzt ist halt klar, äh, in den nächsten Tagen wird sie definitiv abstürzen. So ganz genau, weißt du, also, den, den genauen Abschützzeitpunkt festzulegen ist immer sehr, sehr schwierig, weil, ähm, Atmosphäre, hier unten, äh, ist das alles ziemlich gut vorhersehbar, was für einen Druck man hier unten hat, äh, gibt so leichte Schwankungen, aber, äh, weiter oben in den oberen Atmosphärenschichten, da ist das alles immer ziemlich schwierig, also, da kann sich der Luftwiderstand doch mal erheblich ändern, äh, einfach bloß, weil die Sonnenaktivität beispielsweise die oberen Atmosphärenschichten anheizt und, äh, plötzlich dehnt sich die Atmosphäre aus oder, äh, ist, ist besonders wenig aktivitätlos und, äh, die obere, die obere Atmosphäre kühlt aus und so weiter und so weiter, also, da kann alles Mögliche passieren, ähm, also, das ist dadurch keine exakte Wissenschaft, äh, wie lange es genau braucht, bis so ein Stück, äh, Weltraumschrott halt so weit abgebremst ist, dass es, äh, ja, dass es halt runtergefallen ist aus dem Orbit. Und entsprechend, äh, redet man und diskutiert man darüber jetzt schon seit letztem Jahr, seit weiß wie vielen Monaten, ähm, es gibt, äh, von der ESA, äh, eine internationale Beobachtungsmission, ähm, bei der die Raumstation halt regelmäßig beobachtet wird, ähm, äh, es gibt jede Menge Begleitung durch die Presse, es gibt, äh, es gibt, äh, Bilder, es gibt, äh, diverse Horror-Stories, die irgendwie alle ganz furchtbar sind, ähm, aber Fakt ist, äh, das Ding wiegt acht Tonnen und, äh, am 28. Januar dieses Jahr, also vor genau zwei Monaten jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ist eine zweite Stufe von einer Zenit-Rakete abgestürzt, ähm, ähm, über Peru, es sind auch Teile runtergekommen, die wurden dann später aufgesammelt, ähm, das Ding wog acht Tonnen. Kein Schwein hat davon irgendwas mitbekommen, äh, außer die Leute in Peru und die Leute, die diverse Raumfahrtzeiten irgendwie lesen. Und, äh, es gab keine internationalen Beobachtungen, es gab keine Zeitungsartikel, es gab gar nichts, das ist nämlich ziemlich normal eigentlich, äh, dass so ein Zeugs auch mal runterkommt. Ähm, man versucht das natürlich nicht, äh, unkontrolliert zu machen, aber, ähm, passiert halt. Auf der einen Seite halt durch, durch technische Fehlfunktionen, auf der anderen Seite, äh, ich glaub, bei der Zenit-Rakete ist das tatsächlich so gedacht einfach, äh, ich glaub, auch bei den langen Marsch-Raketen ist das so. Ähm, bei der Ariane-5-Rakete, die Oberstufe, die dann ausgestellt wird, auch auf der ILA, äh, diese ECA-Oberstufe, ja, die hat ein Triebwerk, das kann nur einmal gezündet werden. Und, äh, ja, dann wird der Satellit ausgesetzt. Und, ähm, ja, das war's, weil du kannst das Triebwerk nicht nochmal zünden, selbst wenn du noch irgendwie Treibstoffreste hast. Äh, du kannst damit nichts mehr machen, also du kannst dann wirklich nur noch abwarten, dass der, dass die Oberstufe, ähm, ja, wieder zurückfällt. Und du kannst gleichzeitig auch nicht sagen, ähm, du startest die Rakete so, dass die Oberstufe in einen Orbit kommt, äh, der dann gezielt an einen ganz bestimmten Punkt der Erde irgendwo in die Atmosphäre eintritt, weil, ähm, wenn's irgendwelche Probleme gibt mit dem Satelliten, äh, nachdem der ausgesetzt wurde, ähm, dann hat der Betreiber dann das gleiche Problem. Dann verliert er den Satelliten sofort, auch wenn irgendwie bloß, äh, im ersten Anlauf die Kommunikation irgendwie etwas schiefgegangen ist oder irgend sowas, ne. Ähm, soll heißen, äh, es ist, äh, bei der Ariane 5 zum Beispiel auch völlig normal, dass so eine viereinhalb Tonnen schwere Oberstufe mal eben völlig unkontrolliert irgendwann irgendwo auf der Erde runterkommt. Äh, das ist dann, dieses Irgendwo ist in dem Fall etwas näher am Äquator, ähm, weil die natürlich in der Äquator-Ebene, äh, gestartet werden. Das verschiebt sich dann zwar immer nochmal etwas, äh, ist also nicht ganz perfekt, aber, äh, letztendlich läuft es darauf hinaus. Und es gibt auch jede Menge andere Raketenstufen, die einfach bloß noch irgendwo, äh, rumhängen in irgendwelchen Orbits, langsam aber sicher runterkommen und so nach und nach alle paar Monate, beziehungsweise alle paar Wochen oder wie auch immer, ähm, halt in die Atmosphäre eintreten. Und, äh, ja, es kommt jede Menge Müll eigentlich runter. Äh, auch ziemlich unkontrolliert. Und, äh, ja, immer wenn man in so einem Tank, äh, hat man ja diese Druckflaschen, äh, was der ein oder andere ja noch weiß, äh, von der Falcon 9-Rakete, äh, wo so eine Druckflasche, äh, ja, explodiert ist bei dem Test am Boden. Und, äh, bei dem Fehlstart war es ja auch das Problem, äh, dass sich so eine Druckflasche gelöst hat und damit den Tank von innen demoliert hat. Ähm, diese Dinger sind eigentlich ziemlich stabil, weil die sehr viel Druck von innen her aushalten müssen und die haben ganz gute Chancen, so einen, so einen Wiedereintritt auch mal zu überstehen. Ähm, so ähnlich ist es auch mit Treibstofftanks, äh, es gibt ja jede Menge Triebwerke, die keine eigene Pumpe haben, sondern einfach dadurch der Treibstoff reinkommt in das Triebwerk, dass man halt ziemlich viel Druck im Tank hat. Und diese Tanks müssen entsprechend stabil gebaut werden und die überstehen dann auch gerne mal den Wiedereintritt, äh, genauso wie irgendwelche Feststoff, äh, Triebwerkstufen, bei denen letztendlich das Gleiche gilt. Äh, sowas wie diese Star 48 Oberstufe, die von den Amerikanern gerne mal benutzt wird. Ähm, alle möglichen, alle möglichen Dinge kommen irgendwann wieder runter und ab und zu übersteht auch mal ein Teil was. Ähm, soweit ich weiß, gibt's aber keine dokumentierten Fälle, dass tatsächlich, äh, jemand mal schwer verletzt wurde von irgend sowas. Weil meistens sind die Dinger klein. Ähm, es gibt auch ein paar größere Teile, die runtergekommen sind. Äh, ich hab auf so einer Seite, die ist auch verlinkt in meinem Artikel, äh, hatte ich auch gesehen, es gab mal ein paar hundert Kilo schwere Teile, irgendwelche Kosmos-Nutzlasten, äh, die gestartet wurden von den Sowjets, äh, was einfach bloß irgendwie Stahl war. Äh, irgendwelche Stahlplatten. Ich schätze, das waren irgendwie so Testnutzlasten, was man halt so hoch schickt, anstatt wenn man gerade kein Auto zur Hand hat oder so, ne? Und, äh, ja, die sind dann halt auch irgendwann runtergekommen und weil das relativ solides Zeug war, äh, ist das dann halt auch ziemlich schwer gewesen, aber ist halt irgendwo unbewohnt runtergekommen. Also, wir haben auf der Welt ungefähr 15 Menschen pro Quadratkilometer. Äh, größtenteils natürlich deswegen, weil sehr viel Wasser auf der Erde ist. Aber wenn man sich überlegt, okay, auf einen Quadratmeter hat man 15 Leute, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man damit jemanden trifft. Ja, und es sind ja auch schon, äh, also es sind nicht so, als hätten die Chinesen kein Problem mit herunterkommenden Raketenteilen, die Menschen treffen, aber das ist dann halt mehr, äh, kurz nach dem Start als kurz vor der Landung. Ja, darauf habe ich auch hingewiesen in meinem Artikel, weil, äh, ist einfach notwendig. Also, das, das größte Problem mit chinesischem Weltraumschrott, äh, haben die Chinesen tatsächlich selber. Ja. Ähm, im Wesentlichen halt wirklich nur von, äh, Shishang aus, äh, also von dem, äh, südlichen in, in Sichuan. Weil Sichuan vergleichsweise dicht besiedelt ist. Das gehört nicht gerade zu den besonders dünn besiedelten Gegenden von China, äh, wie oben innere Mongolei oder sowas. Naja, da, da passiert dann nicht viel, äh, so ähnlich wie auch in Kasachstan, ähm, was halt sehr dünn besiedelte Gegenden sind. Da kann man durchaus Ecken finden, wo man sagt, okay, ich starte eine Rakete und das Ding kommt irgendwo runter, aber, äh, da ist kein Haus weit und breit oder so. Äh, das ist in China, gerade unten in Sichuan dann nicht mehr so. Ähm, ja, also ich, äh, ich hatte ja heute den Gedanken, äh, das ist ja doch bei Asterix und Obelix war es doch immer so, dass die, dass vor allem der Chef des Dorfes doch immer Angst hatte, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Und hier wohl der Himmelspalast, ja. Ähm, genau, ähm, ich hab das auch in unserem, äh, Twitter-Account mal vertwittert, äh, den Comic, den passenden Comic dazu. Ähm, ja, also wir brauchen alle keine Angst vor Tiangong 1 haben, ähm, es wird vielleicht... Äh, alleine schon deswegen, weil, äh, die Raumstation ist auf einem, äh, um 43 Grad geneigten Orbit. Äh, das heißt, äh, die biegt immer so südlich von Österreich nach Süden wieder ab. Also vielleicht maximal in die Alpen rein. Äh, weiß ich nicht. Ich glaub, Mallorca war gerade noch drin. Ach stimmt, das war in der Bild-Zeitung, äh, genau. Da war irgendwas, ne? Ob die Raumstation Malle trifft. Naja, Schadrum wär's nicht, vielleicht um die schöne Insel. Ähm, genau. Das soll's, äh, glaub ich, zur Tiangong 1 sein. Alles nicht so schlimm wie gedacht. Also ich sag mal, ich, ich hab so noch ein bisschen spekuliert, äh, eventuell, äh, kann's auch sein, dass die tatsächlich noch Kontakt zu der Raumstation haben, aber halt, äh, einfach keine Kontrolle mehr haben im Sinne von, äh, also keine direkte Kontrolle im Sinne von irgendwie, sie können auch irgendwie Triebwerke benutzen oder Gyroskop benutzen oder irgend sowas. Ähm, weil es wird immer wieder sowas gesagt wie, ja, wir werden die gezielt in den Pazifik, äh, runterbringen. Und theoretisch könnte man natürlich so eine Raumstation auch ohne direkten, direktes Triebwerk, äh, ja, steuern zumindest halt oder beeinflussen, indem man zum Beispiel die Solarsegel einfach anders stellt, weil, ähm, die müssen ja der Sonne folgen und, äh, sind deswegen durchaus drehbar gelagert, sodass man die auch einstellt. Und dann könnte man damit beeinflussen, wie groß der Luftwiderstand jetzt gerade ist und, äh, einfach zum Zeit, zum richtigen Zeitpunkt die sozusagen querstellen, äh, sodass der, sodass der Widerstand etwas größer wird oder halt flachstellen, sodass er etwas niedrig, etwas weniger wird und, äh, auf die Art und Weise die Höhe etwas manipulieren und, äh, dann vielleicht so ein großes Ziel wie dem Pazifik, äh, vielleicht doch etwas besser trifft als sonst. Ähm, ob das so ist, äh, ich hab nichts dergleichen gehört, deswegen, das ist totale Spekulation. Ich sag bloß, wäre eine theoretische Möglichkeit. Mhm. Ähm, der, es gibt ja einen Twitter-Account, der heißt, äh, Itzalpin, Itzalpin, ähm, der immer aktuelle Vorhersagen twittert und der hat jetzt sein, sein, äh, sein Vorhersagenfenster auf einen Tag plus minus reduziert. Also es waren ja noch zwei Tage plus minus und jetzt sind wir bei einen Tag plus minus, also 1. April 20 Uhr UTC plus minus einen Tag. Also plus minus 24 Stunden. Ja, äh, und jetzt fragt uns bitte nicht, wo genau dieses Ding runterkommen wird, weil der Tag hat bekanntlich 86.400 Sekunden, äh, das Ding bewegt sich mit 7,8 Kilometern pro Sekunde, soll heißen, der Pfad entlang der, entlang die, entlang der die Station runterkommen könnte, hat eine Länge von bescheidenen 1,3 Millionen Kilometern. Irgendwo da kommt's runter. Äh, ja, das ist das, was eine Unsicherheit von einem Tag halt bedeutet, ne? Ja. Ähm, genau. Was aber schon unten ist, und das wesentlich früher als angenommen, ist der Humanity Star von Rocket Labs. Ihr erinnert euch, Rocket Labs, die Firma mit der Elektronrakete, ähm, hatte eine geheime Nutzlast, eine kleine Diskokugel, äh, die, Eine geheime Oberstufe. Genau, geheime Oberstufe, geheime Diskokugel, ähm, und diese Diskokugel sollte von, von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen sein, weil es im Grunde ein, äh, großes Polygon mit vielen Spiegeln dran war. Ja. Und, ähm, ich hab auch mindestens eine Aufnahme gesehen. Ja. Und, ähm, es hieß, äh, neun Monate soll, soll der Humanity Star im Orbit sein und dann durch, ähm, Bremsverluste allein, von alleine wieder runterkommen. Und, ähm, ja, nach zwei Monaten, also vor ein paar Tagen, äh, hieß es dann, ja, der, der Humanity Star verliert schneller an Höhe als angenommen und trat dann auch wenige Tage später in die Erdatmosphäre final ein und verglühte. Und, äh, das war's dann mit diesem, äh, Publicity Stunt. Ja. Gut, kann man mal gemacht haben. Äh, ich hab, äh, wie gesagt, ich hab noch keinen gehört, der ernsthaft davon gestört wurde. Äh, ich hab von vielen gehört, die sich, äh, davon gestört gefühlt haben. Ja, also es gab dann einige, die gesagt haben, ähm, so ein helles Objekt, das im Grunde keinen Nutzen hat außer Publicity, ähm, das stört, äh, astronomische Beobachtung und, äh, ja, ist auch sehr ärgerlich, weil es ja wirklich keinen Zweck erfüllt. Und, ähm, ja, also viele waren, fanden es auch nicht schade, dass er jetzt weg ist und Rockalabs hat auch schon angekündigt, dass sie keinen zweiten Humanity Star, äh, in vorhersehbarer Zeit starten werden. Ja, also der, der Shitstorm fand ich irgendwie etwas, etwas unpassend, ehrlich gesagt, äh, weil, wie gesagt, es war relativ, äh, ja, dadurch, dass er, durch diesen Disco-Kugel-Effekt hat man tatsächlich, äh, den Vorteil, dass man, äh, den größten Teil des Himmels, damit eben nicht irgendwie voll, äh, ja, irgendwie halt belästigt sozusagen. Und, ähm, die meisten Satelliten sind halt, äh, haben halt eine Form, wo sie in alle Richtungen Licht irgendwie reflektieren. So heißen, einfach, wenn die da sind, äh, da sind die dann einfach hell, äh, einfach bloß, weil sie gerade an der Stelle des Himmels sind. Und das war bei dem Humanity Star halt nicht so, äh, der hat halt irgendwie geblinkt bloß und dann immer nur ganz kurz und selbst hat er halt eine sehr bescheidene Helligkeit gehabt. Ähm, und vor allen Dingen, äh, dadurch, dass der in einem niedrigen Orbit war, war er halt wirklich nur in der Dämmerung, wenn überhaupt, dann zu sehen. Und, äh, ja, manchmal ein bisschen die, die, äh, die Kirche im Dorf lassen, das wäre manchmal schon angebracht. Durchaus hilfreich, weil, äh, an sich wäre, war das eine ganz okaye Aktion gewesen. Es war begrenzt, äh, es war nicht übertrieben, es war nicht irgendwie ein großes Coca-Cola-Logo, das, äh, Kilometer groß ist, sodass es dann jeder von der Erde aus lesen kann oder so. Äh, es war alles sehr, sehr bescheiden gewesen, von daher, naja. Ja, das war's mit dem Humanity Star, ähm, ein interessantes Projekt. Mal was Neues. Vor allen Dingen, äh, was es gezeigt hat, ist halt, äh, ja, halt nochmal demonstriert hat, äh, ist halt, ähm, wenn du einen Satelliten hast und einfach bloß die Oberfläche vergrößerst, da reicht das eigentlich schon aus, um, äh, ja, Weltraumschrott halt zu vermeiden, weil es hängt im Wesentlichen bloß davon ab, äh, wie groß die Oberfläche ist im Vergleich zur Masse von dem Ding, ähm, wie lange das Ding da oben bleibt. Äh, das merkt man auch bei Tiengung 1, weil, ähm, das Ding hält sich dafür, dass es in so einem niedrigen Orbit ist, hält sich das Ding jetzt echt schon verdammt lange. Na, gerade mal 200 Kilometer Höhe ist es jetzt und, äh, fliegt immer noch rum, wird noch bis Ende der Woche da oben rumfliegen. Äh, und das ist für, für gerade mal 200 Kilometer Höhe eigentlich schon gar nicht mal übel. Ja, ähm, es wird auch spekuliert, warum er es, warum er jetzt so viel früher runtergekommen ist als eigentlich angenommen und es wird angegeben, dass er zum einen eine ungewöhnliche Form für den Satelliten hatte und dadurch, äh, herkömmliche Berechnungsmodelle wahrscheinlich nicht so genau waren und er auch eine groß, äh, eine geringe Dichte hatte. Also es ist ja im Grunde ein hoher Ball und dadurch nicht sehr massiv und deswegen konnte er einfach von, einfacher von den Atmosphärenrückständen in dem Orbit abgefangen werden. Ja, deswegen gibt's ja auch jede Menge, äh, Versuche, irgendwelche Segel an irgendwelche Satelliten dran zu basteln. Ja, hat ja hier der Flygen-Laptop, hat ja sowas. Ja, äh, es gab noch andere, äh, ich weiß, bei der, bei dem ersten Falcon 1-Flug, beziehungsweise bei dem dritten Falcon 1-Flug, äh, da war sowas dabei. Och, nannt sich das Ding LightSail oder sowas? Nee, LightSail ist was anderes, das ist von der... Ich weiß, dass, äh, es, es gab, es gab eins, das, 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 das hatte einen falschen Namen letzten Endes, das, das hieß einfach bloß LightSail, äh, war aber letzten Endes so tief, dass das mit, mit Licht überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Muss mal gucken hier, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es der, 2008 Falcon 1, genau, NanoSail-D, okay, dann hieß es gar nicht, äh, achso, to study the deployment of a solar sail, okay, ja, es ging bloß darum zu studieren, wie man das macht. Ja, ja, hatte natürlich nicht funktioniert, weil ich glaub, das war der dritte... Genau, der vierte hat ja erst funktioniert. Genau, das war der dritte Start und, ja, hab ich gehabt. Ja, wo wir gerade bei SpaceX sind, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, im New Space Journal von, äh, Liberty Mary and Libert Incorporation Publishers, äh, also ein, äh, ein Verlag, der ein, ein peer-reviewtes New Space-Fachjournal veröffentlicht, ähm, äh, hat Elon Musk einen, einen geupdateten Vortrag, Präsentation, äh, zu seinen Big Falcon Rockets Plänen. Das Ganze, äh, äh, Published Online erst im März, ähm, aber anscheinend kam, wurde die, also die Meldung, dass, dass das geschrieben wurde, erst am 26. März veröffentlicht. Ich glaub, da wurde das Magazin erst, äh, quasi rausgebracht. Und der Artikel scheint auch schon ein bisschen älter zu sein, weil er spricht noch davon, dass die Falcon Heavy Ende des Jahres fliegen soll, ähm, es wurde, steht jetzt nicht dran, wann der Artikel eingereicht wurde, ähm, aber es scheint mir so, als wäre er noch von Ende letzten Jahres gewesen. Kann gut sein. Ich hab ihn ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen. Ich hab ihn durchgelesen. Ich hab auch schon ein paar Stichpunkte rausgeschrieben. Ähm, also, äh, das, ich glaub, der wichtigste Punkt, den man hier ansprechen kann, ist, dass sie jetzt, äh, zu wissen meinen, wie sie das Ganze bezahlen wollen. Das war ja so immer der große Knackpunkt, ja, wie wollen sie denn dieses teure Projekt bezahlen? Und die Idee ist, dass man eine verkleinerte Version der Big Falcon Record baut, ähm, also immer noch sehr groß, aber halt kleiner als, äh, initial angekündigt, die dann alle Aufgaben vom Dragon Frachter, der Falcon 9 und der Falcon Heavy erfüllen soll, sodass man keine Ressourcen mehr auf den Bau und die Weiterentwicklung dieser Typen, ja, äh, äh, verwenden muss. Äh, Elon meint halt, ähm, ja, also, sie kannibalisieren sich da ein bisschen selber. Ähm, sie wollen dann zuerst einen guten Fuhrpark an alten, also an Falcon 9 und Falcon Heavies, äh, bauen, also, sodass sie ein bisschen Rückhalt an solchen, ähm, Raketen haben und dann nur noch diese verwenden und ihre ganzen Ressourcen dann auf die Entwicklung der Big Falcon Rocket, während, ähm, ähm, während das Geld halt durch den Flügel von, äh, durch der alten Falcon 9 und Falcon Heavies reinkommt. Aber es werden halt keine neuen mehr gebaut. Das war ja schon angekündigt, dass mit Block 5 die Föcken 9 ausentwickelt ist und, äh, ja, irgendwann, wenn man genug Booster in der Garage hat, muss man ja auch keine neuen bauen, sondern nur noch die alten verwenden. Und sie hoffen dann, bis dann quasi alle Booster durchgebraucht sind, dann haben sie eine funktionierende und, äh, getestete Back Falcon Rocket. Jo. Ja, es sieht nicht nach was übermäßig Überraschenden aus. Genau. Ähm, genau. Ich hab mir den, ich hab mir jetzt gerade mal angeguckt, also, äh, ich sehe jetzt nichts, dass mich, äh, wo ich denken würde, das ist jetzt was völlig Neues. Ja. Das hat man alles schon mal gesehen. Genau. Betont auch, dass, ähm, dass, äh, sie viele, viele Starts brauchen, um halt Mars-Kolonie und diese ganzen Sachen zu, ähm, betreiben. Äh, ich fand das Zitat sehr schön, ähm, wo man sagt, also, bei den Starts müsst ihr da nicht mal auf euren Kalender, sondern auf eure Uhr schauen, weil wir machen dann, wir sind dann von Starts pro Tag auf Starts pro Stunde runter. Ähm, also mehrere, mehrere hundert Starts im Jahr. Und, ähm, ja, meint auch, dass, äh, dass die nächste Version, äh, meint halt, äh, die Falk, die Falk, nein, ist jetzt schon, schon so genau, dass die nächste Version, ich weiß nicht, was er damit meint, noch kann er nicht Block 5 meinen, äh, schon keine, äh, keine Landefüße mehr braucht, weil die, wahrscheinlich die Big Falcon Rocket, wie schon in dem Video gezeigt, direkt in den Starthalterung landen kann. Und, ähm, meint er auch, dass, äh, Dragon Frachter Nummer, äh, Version 2, der 2019 fliegen soll, kein Kanadarm mehr für das Docking-Manöver braucht, sondern, ähm, ja, direkt andocken kann, wie eine Soyuz-Kapsel. Ja, äh, wahrscheinlich ist das direkt abgeleitet, einfach von dem, von dem Raumschiff, das es ja auch nicht tun soll, soweit ich weiß. Dragon 2, ne? Hm? Jo. Ja. Ähm. Genau, also das Wichtigste ist, dass sie jetzt irgendwie wissen, wie sie das finanzieren wollen, so grob, mal schauen, ob das auch so hinhaut, ähm, es wurde jetzt nichts von diesem ganzen Starlink-Projekt geredet, was ja auch nochmal Geld reinspülen sollte, anscheinend legen sie das jetzt erstmal auf die lange Bank, was, was Finanzierung angeht, ähm, und sagen, okay, wir haben unseren Fuhrpark an Falcon 9 und Falcon Heavies, und, äh, den fliegen wir, solange bis er durch ist, und, äh, das Geld, was da reinkommt, verwenden wir für die Entwicklung der Big Falcon Rocket. Ja, was ja, äh, was ja, ich glaub, also, ich glaub, also, ich hab so das Gefühl, wie, darüber diskutieren wir jetzt auch schon seit zwei Jahren oder so, da ist nix Neues dabei. Ja, weil es halt ein neuer Artikel, ähm, äh, ja, ich glaub, auch, auch dieses, äh, die Big Falcon Engines, also, dass das, äh, vier Vakuum Engines und zwei, äh, äh, Sea-Level Engines sind, ist, glaub ich, nicht neu. Nö, das hat er schon angekündigt gehabt im letzten Vortrag, ähm, am Anfang waren's ja, am Anfang waren's ja neun insgesamt, also, äh, drei für Sea-Level und, äh, sechs für Vakuum. Genau, und, äh, ich fand's auch ganz spannend, äh, dass die Landung dann mit Engine-Out-Capability ist, also, die landen auf zwei Triebwerken, aber wenn dann eine ausfällt, dann kann sie immer noch auf dem einen Triebwerk landen, ähm, was natürlich... Ja, wenn, wenn Menschen drauf sein sollen. Genau, also muss man da Redundanzen haben. Vor allen Dingen, das Ding muss genau in dieser Halterung landen, äh, oder? Nee, warte mal, äh, gilt das für die, oder nicht? Ja, doch, das ist für die Big Falcon Rocket gilt das, ja. Und da sollte man, äh, da sollte man da schon in der Lage sein, nicht? Jo, ähm, ich bin gespannt, äh, wann, wann vor allen Dingen, äh, also, er hat ja angekündigt, irgendwie nächstes Jahr sollen die ersten Testflüge mit einem Prototypen eventuell stattfinden können. Ja. Möglicherweise, äh, bin ich sehr gespannt, äh, ich meine, gut, die, den großen Tank, den haben sie gebaut, äh, und dass jemand viel mit, davon viel was mitbekommen hätte, und das ist jetzt auch schon sehr lange her eigentlich, äh, war, glaube ich, vor zwei Jahren, dass der den gezeigt hat, und, ähm, ja, das Ding war ja in Übergröße, ne, äh, war ja noch für die, für die alte Version mit dem richtig großen Raumschiff, äh, gedacht, was ja ungefähr doppelt so groß war, wie das, was er, wovon man zurzeit spricht, ähm, ja, ich bin gespannt, wann da was kommt. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht mehr die erste Rakete, die Kohlefasertanks benutzt, äh, weil, ja, die, die Elektron-Rakete, äh, gibt's ja schon, und die benutzt genau das. Bloß halt nicht in so groß. Ja. Nicht im Ansatz in so groß. Ich glaube, 1200 Tonnen, ähm, Kryo, äh, Kryosauerstoff, was. Können sie da drin lagern. So insgesamt etwas weniger als 1000, etwas weniger als 1200 Tonnen, äh, Treibstoff haben, also, die werden, äh, da deutlich kleiner werden, und, ja, also, es ist, äh, auf der einen Seite kann man sagen, ja, ist ja langweilig, äh, weil, ja, warum nicht, ich, ihr habt schon mal einen noch größeren Tank gebaut, ähm, und jetzt, äh, backt ihr plötzlich viel kleinere Brötchen, ist ja blöd, aber, ähm, im Prinzip ist alles, was langweilig ist, gut, in der Raumfahrt zumindest. Ja, alles, was aufregend ist, kann sehr schnell sehr schief gehen. Ja, total aufregend war ja auch das James-Webb-Teleskop. Ja, aufregend ist Definitionssache, es ist, äh, nervenaufreibend ist wahrscheinlich für viele. Als es vorgeschlagen wurde, irgendwann 90er Jahren, äh, da hatte die, die NASA noch diese faster, cheaper, better Mentalität, also, da hat man irgendwie jede Menge komische kleine Raumsonden zusammengebaut, die dann öfters mal einfach nicht funktioniert haben, weil sie einfach nicht genügend Budget hatten. Äh, damals hat man gesagt, ja, wir bauen ein 8-Meter-Teleskop, und, äh, das kostet dann sowas wie eine halbe Milliarde. Wir sind jetzt bei 6,5-Meter-Teleskop und das Budget von, äh, 9 Milliarden, das vorgesehen war zuletzt, glaube ich, ja? Nee, 8 Milliarden. 8 Milliarden, naja, es wird jedenfalls überschritten, also 9 Milliarden dürften es wohl werden. Äh, zurzeit ist wieder mal angekündigt, also der, der Starttermin wird ja immer nach hinten verschoben. Mhm. Und, äh, angekündigt ist jetzt für Mai 2020. So richtig gut glauben tut es keiner, äh, man kann dann immer so nette Graphen machen, weil, äh, wenn man, äh, in den Wikipedia-Artikel vom James-Webb-Teleskop geht, äh, gibt es dann irgendwo eine Tabelle, äh, wo dann, äh, die, äh, das jeweilige Startdatum, äh, und die jeweilige Ankündigung, der Zeitpunkt der Ankündigung des jeweiligen Startdatums da ist. Und da kann man dann, äh, äh, einen Graph machen, äh, wo man das halt immer so gegenüberstellt, und dann kann man extrapolieren, wann das eventuell tatsächlich rauskommen könnte, und da kommt raus sowas wie 2026. Ja. Äh, weil halt jedes Jahr wird, äh, in jedem Jahr wird der Startzeitpunkt um ungefähr 0,6 Jahre nach hinten verschoben. Ja, es ist so ein bisschen wie das Weltwettrennen zwischen der Schildkröte und Achilles. Ja, äh, aber das, das geht ja auch gut aus, wie wir alle wissen. Ja. Ähm, es wurden dann auch Vergleiche angeschaut mit dem Hubble-Teleskop, was ja auch lange verschoben wurde. Der beliebteste Vergleich, äh, der beliebteste Vergleich ist natürlich immer der von BER. Mhm. Ja, könnte, man könnte mal so eine Grafik mit dem BER machen und das dagegen halten. Äh, da ist der BER definitiv besser. Keine Frage. Wie viel kostet denn der BER gerade? Wie viel? Oh, ich glaube, viereinhalb oder irgend sowas. Oh, okay. Ich müsste gucken. So, so unendlich war es nicht. Es waren halt bloß nicht diese 2, äh, was waren es, 2,6 Milliarden, die es am Anfang sein sollten. Oh, nee, nee, warte, sorry, sorry, ich, ich, ich korrigiere mich sofort. Äh, deswegen googelt man, äh, Spiegel sagt im Februar, äh, Kosten steigen auf 7,3 Milliarden. Also, kann man spekulieren, was teurer wird am Ende? Das Weltkonteleskop oder der Flughafen? Das Rennen ist näher, als ich dachte. Ja. Ähm. Äh. Okay, ich weiß nicht, womit ich das verwechselt hatte, aber ich hatte offensichtlich von irgendwas anderem eine Zahl im Kopf. Genau. Ich finde es auch sehr schön, die Aussage, woher diese Verzögerung herkommt, ähm, man, äh, sagt, also, es sind neue Probleme aufgetreten und man versteht jetzt besser, dass die alten Probleme noch schlimmer waren, als wahrgenommen. Also, Probleme über Probleme. Ja, es gab auch das Problem, dass man, ähm, man hatte irgendwann, äh, sich das angeguckt und hat dann gesagt, okay, äh, sechseinhalb Milliarden kostet's und wir machen das bis, ich glaube, 2018 oder so, oder 2017 oder irgend sowas. Das war das. Ähm, hat aber gesagt, ja, aber dafür brauchen wir jetzt, äh, dieses Jahr und nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt, äh, auf jeden Fall nochmal 250 Millionen Dollar zusätzlich und die müssen dann auch kommen. Ähm, ansonsten wird es halt länger und teurer insgesamt. Ja. Weil du hast bei diesen Großprojekten halt immer das Problem, äh, du hast Fixkosten, ähm, und, äh, Fixkosten heißt halt einfach, äh, die bloße Tatsache, dass dieses Projekt weiterläuft, äh, verursacht Kosten und zwar nicht so knapp, ne? Du hast ja die ganzen Leute, die damit beschäftigt sind, äh, du, äh, musst irgendwelche Hallen mieten und kannst die nicht für was anderes benutzen, ähm, alles Mögliche. Du hast dann natürlich auch die ganzen Opportunitätskosten, das heißt, du kannst mit den Leuten, die ständig da irgendwie rummehren, nichts anderes machen. Ähm, ähm, und das hat man öfters bei solchen Großprojekten, BER ist auch so ein Beispiel dafür, dass halt, äh, wenn einmal, äh, die, die Verzögerungen einsetzen, äh, steigen die, steigen die Kosten alleine dadurch, dass es einfach länger dauert. Und, äh, meistens, äh, wird es ja verzögert, weil es irgendwie noch zusätzliche Probleme gibt. Ja, das kostet dann auch nochmal, ne? Und dann hast du halt das Problem, okay, du hast einmal zusätzliche Kosten, die du einfach nicht erwartet hast und dann kommen noch die zusätzlichen Kosten durch den, äh, durch die zusätzliche Zeit dazu. Ähm, und, äh, das wird dann alles recht blöd und, äh, in der Politik hat man halt gerne so, ähm, die Einstellung, hey, wir, äh, wenn es jetzt so teuer wird, wir versuchen dann das Geld erst recht rauszuhalten. Aber dadurch wird es dann halt noch länger und noch teurer. Ja. Du hast dann immer so diesen Teufelskreis. Ähm, dieses, diese Verzögerung hat, äh, führt jetzt ja auch dazu, dass der Kongress, ähm, dieses Projekt nochmal neu autorisieren muss. Und wenn er das… Ja, was das Ganze noch weiter verzögern wird. Was das, und wenn er das innerhalb von 18 Monaten nicht macht, äh, dann, ähm, darf die NASA kein Geld mehr bis auf die Termination Kosten, ähm, ausgeben. Ähm, also wenn der Kongress das innerhalb von 18 Monaten nicht autorisiert, was, also ich glaube nicht unwahrscheinlich ist, also nicht wahrscheinlich ist, dass er das nicht tut, dann, ähm, ähm, äh, dann, äh, ja, muss die NASA das Projekt beenden. Und dann hat man einen sehr teuren Spiegel. Ja, ähm, aber es ist halt auch eine Sache gewesen, äh, also erstens, ähm, das James-Webb-Teleskop ist ja nicht für optisches Licht gedacht, sondern für Infrarot. Ja. Also es soll heißen für letztendlich Wärmestrahlung. Das Problem ist, wenn du Wärmestrahlung beobachten willst mit einem Spiegelteleskop, ähm, wäre es ungünstig, wenn dein Spiegel Wärmestrahlung aussendet. Ja. Einfach, weil er warm ist. So heißt das Ding muss kalt gehalten werden. Deswegen hast du ja dieses, äh, komische, ähm, diese, 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 diese Rettungsfolie da unten. Wie gesagt, du willst halt, äh, irgendwie willst du Infrarot beobachten und, äh, da ist es halt blöd, wenn das Instrument, mit dem du Infrarotstrahlung beobachten willst, selbst Infrarotstrahlung abgibt. Ja. Ne, also, ich meine, du kannst das nicht komplett verhindern, aber du kannst zumindest, äh, verhindern, dass die, äh, dass in bestimmten Wellenlängenbereichen das passiert, indem du das Ding einfach abkühlst. Äh, deswegen hast du, hast du halt unten dieses große, ähm, ja, sieht aus wie eine Rettungsdecke, ne? Und, äh, das muss halt auch irgendwie ausgefaltet werden und das ist auch das, was zurzeit Probleme bereitet, weil man hat das getestet und hat dort Risse gefunden. Mhm. Äh, teilweise zehn Zentimeter groß und, ähm, man ist sich halt nicht sicher, äh, ich glaub, man ist sich nicht ganz sicher, woran es liegt und vor allen Dingen ist man auch sich auch nicht sicher, ob das, äh, die Mission nicht gefährden könnte. Ähm, mit solchen und ähnlichen Problemen schlagen die sich halt rum. Ähm, dazu kommt noch, das Ding hat einen Spiegeldurchmesser oder soll einen Spiegeldurchmesser von sechseinhalb Metern haben, kommt aber in eine Nutzungsverkleidung, die nur fünf Meter groß ist. Das soll heißen, das Ding muss im Orbit auseinander gefaltet und wieder zusammengesteckt werden und das mit einer extrem hohen Präzision. Äh, extrem hoch im, da sind wir im Bereich von ein paar hundert Nanometern, äh, obwohl, naja gut, die sind im, sind im infraroten Bereich, da könnte man vielleicht mit einem Mikrometer noch hinkommen, aber irgend sowas halt. Also extrem präzise muss das alles zusammengesteckt werden am Ende. Äh, und, ähm, ja, ist halt sehr viel komische Mechanik und sehr viel anspruchsvolle und hochpräzise Mechanik im Einsatz, die nicht schief gehen soll, was man zuvor noch nie gemacht hat. Ähm, und jetzt hat man ein extrem komplexes Projekt einfach am Laufen, ne? Ja, man hat einmal diesen Hitzeschutz, man muss das Ding, äh, irgendwie kalt halten, was, und man wusste vorher schon nicht, äh, wie genau falten wir das jetzt alles auseinander und damit gibt's Probleme. Und dann kommt das Ganze mit dem Spiegel noch dazu, was ein viel größeres Problem ist als das, äh, und, äh, und darf auch nicht vergessen, die ganze Mechanik wird gestartet mit einer Rakete, die ganz ordentlich durchgeschüttelt wird, äh, und, ja, halt, da ist jede Menge, jede Menge Spaß dabei. Und eigentlich, äh, wenn man mal einen ganz kühlen Kopf bewahrt, äh, muss man sagen, das war eine echt doofe Idee. Weil man hätte ja genauso gut sagen können, okay, gut, Hubble, 2,4 Meter Durchmesser, schon ein tolles Ding gewesen, wir brauchen einen Nachfolger, der etwas größer ist, warum bauen wir nicht einen, der doppelt so groß ist? 4,8 Meter oder viereinhalb Meter oder irgend sowas in der Größenordnung. Irgendwas, das genau in so eine Rakete gerade reinpasst. Und, ja, dann ist man so knapp doppelt so groß wie, wie Hubble Space Telescope dabei. Und wenn man dann sagt, okay, wir wollen damit Infrarot beobachten und wir brauchen da, äh, auf jeden Fall so einen Hitzeschirm, ähm, dann kann man sich erstmal darum kümmern, dass das funktioniert, dass man damit Erfahrung sammelt. Und hat, äh, dieses ganze Problem mit dem segmentierten Spiegel nicht. Beziehungsweise vielleicht kann man einen segmentierten Spiegel da einbauen, aber man braucht die Segmente, äh, zumindest nicht, äh, im Weltall dann irgendwie erst auseinander, äh, auseinanderfalten und dann wieder zusammenbauen und so weiter und so weiter, was man jetzt beim James-Webb-Teleskop alles machen muss. Einfach die ganze Komplexität da rauszuhalten, soweit wie es nur irgendwie geht und, äh, so ein Weltraumteleskop einfach mal so langweilig wie es geht zu bauen, äh, damit man damit einfach Wissenschaft machen kann. Weil, äh, es darf man nicht vergessen, das Ding kostet auf der einen Seite zehn Milliarden jetzt fast, also, oder knapp neun. Ähm, aber es steht halt am Boden und es macht nix, ne? Ähm, und wie viel besser wäre es gewesen, wenn man gesagt hat, okay, wir haben jetzt mit Hubble echt Lehrgeld bezahlt, äh, wir haben jetzt ungefähr raus, wie man so ein Ding baut, warum baut man nicht erst mal wieder was wie Hubble, etwas größer halt, nimmt einfach alles an Erfahrung, was man da gesammelt hat, mit, äh, und, äh, macht das Ganze, das nächste Projekt halt größer, aber so langweilig und so konservativ wie es erst mal geht, damit man erst mal Wissenschaft damit machen kann. Und, äh, ja, das ist letzten Endes so, so die Denke, die mir in der Raumfahrt ja immer wieder fehlt, dass man, dass man da einfach den, den Pragmatismus, äh, sehr oft nicht, äh, sehr oft nicht dem Raum gibt, den er, den er eigentlich haben müsste. Ja, ja, ähm, wenn's tatsächlich erst 2026 fliegen sollte, dann können sie vielleicht, äh, auf die Big Falcon Rocket umschwenken, weil die hier hat eine Fairing von neun Metern. Ja, das ist zu spät, ich meine, äh, der ganze Mechanismus ist ja jetzt drin. Wie Mechanismus? Na, der ganze, der ganze Faltmechanismus. Für den Spiegel. Ja, gut, aber dann können sie es ja ausgefaltet lassen und einfach. Äh, ja, aber dann kannst du auch gleich wieder komplett neu anfangen. Ja, werden wir dann sehen. Also ich, ja, ähm, Hubble Space Telescope war ja selber irgendwie so ein, so ein Ding, das, äh, viel Zeit gebraucht hat, äh, über Budget war, zu spät gekommen ist. Ähm, ja, also hätte man einfach bloß eine, eine, eine möglichst einfache, möglichst vereinfachte Kopie von Hubble gebaut, dann wäre man wahrscheinlich damals mit der, mit der halben Milliarde oder so hingekommen und man hätte halt ein zweites Hubble Teleskop gehabt, wie wäre es damit gewesen? Also man, man kann sich doch, äh, man kann sich sehr viele Dinge vorstellen, die man mit dem Geld echt besser hätte machen können. Ähm, und das ist jetzt, äh, das ist halt jetzt keine, keine bloße Kritik von wegen, ach ja, Raumfahrt ist doch alles scheiße, ist doch nur Geldverschwendung, sondern, äh, diese Entscheidung war einfach mal schlecht. Also diese ganz konkrete Entscheidung, die man dort getroffen hat, war halt einfach nur schlecht, war über, über ambitioniert und, äh, ja, äh, halt nicht mit, mit kühlem Kopf gemacht, ne? Mhm. Gut, dann. Ähm, dann machen wir mal. Alternativ hätte man natürlich auch einfach eine größere Nutzersverkleidung entwickeln können, das wäre billiger gewesen. Ja, im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich meine, so eine, so eine Ariane 5 Rakete, die hat halt schon einen Durchmesser von, äh, 5,4 Metern, und da kannst du auch eine 7 Meter Nutzersverkleidung obendrauf passen, äh, obendrauf packen, ohne dass du zu viel Problem mit Aerodynamik oder so bekommst. Das Ding muss halt bloß irgendwie entwickelt werden, damit das entsprechend stabil ist und so weiter und so weiter. Aber es geht, so prinzipiell, ne? Und das hätte jetzt keinen mehrstelligen Milliardenbetrag gekostet, das zu machen. Machen wir mal weiter mit, äh, optimistischeren Themen. Ähm, ja, die NASA hat sich dazu entschieden, doch, äh, bei der nächsten Discovery-Mission, äh, Radioisotopenbatterien zu erlauben. Ähm, die Discovery-Mission sind ja die, äh, Deep Space, ähm, am Rande des Universums, nicht ganz, aber am Rande des Sonnensystems operierenden Missionen. Und ich glaube, New Horizons war auch eine Discovery-Mission. Ja, ich glaube. Ja, ähm, und ich glaube, sie haben noch eine im Budget, genau, das Discovery-Programm, ich öffne das mal auf, ähm, weil du, genau, das, äh, wo du es gerade angesprochen hast, das Discovery-Programm wurde nach NASA-Chef Daniel Goldens Vision der schnelleren, besseren und billigeren, viel faster, better, cheaper Planeten-Mission gegründet. Genau. Und da sind am Anfang eine ganze Reihe irgendwie, äh, furchtbar schiefgegangen. Genau. Äh, so Mars-Polar-Länder und so weiter, ne, wo man einfach, äh, wo man einfach nicht mehr genügend Geld hatte, um dann, äh, ja, zu checken, äh, ob die, ob die Einheiten-Konversion ordentlich ist und so ein Spaß halt, also, wo es halt wirklich an Kleinigkeiten letzten Endes gescheitert ist. Äh, ja. Äh, du, äh, ich hatte, ich hatte Unrecht, äh, New Horizons gehört nicht dazu. Also, es gab zum Beispiel die, ähm, Mars Pathfinder gehörte dazu, ähm, dann Messenger, die, äh, Merkur-Sonde von 2004, ähm, dann, äh, die, ähm, Dawn-Sonde, die zum Asteroiden Vesta und zu Ceres unterwegs ist, genau, die war eine Discovery-Mission und das Kepler-Weltraumteleskop. Und geplant sind jetzt noch Inside, ähm, das ist ein Mars-Länder, ähm, der 2000, im Mai 2018, also bald starten soll. Äh, genau. Dann Psyche, äh, ein Orbiter für den Asteroiden Psyche, start für 2023 geplant und Lucy, der zu den Trojanern von Jupiter unterwegs sein soll und der soll 2021 starten. Und, äh, vorgeschlagen, äh, genau, unter den drei Projekten, genau, die vorgeschlagen sind, sind, äh, Insight, äh, also wahrscheinlich nochmal was anderes als das schon passierte Insight. Ähm, dann Titan Mare Explorer, Time, äh, eine Raumsonde, die, äh, auf dem Methansee vom Titanen wassern soll, also ein Wasser, also Methanen soll, ähm, und dann Comet Hopper, äh, Codename Chopper, ähm, eine Sonde, die auf einem Kometen landen soll und mehrfach den Standort wechseln kann. Hm. Genau, und, diese Mission, ähm, diese Finalisten, also noch keine offiziellen Finalisten, die offiziellen Finalisten werden 2019 im Februar bekannt gegeben und, äh, Start soll spätestens Ende 2026 erfolgen und, ähm, diese Mission dürfen jetzt doch, äh, Radioisotopenbatterien mit Plutonium-238 verwenden. Ja. Genau, genau, das ist ja, ähm, dieses, dieses bestimmte Plutonium-Isotop, ähm, ging ja dann zur Neige und, äh, die Produktion wurde ja letztes Jahr wieder aufgenommen oder voll, wie, wie lange machen die das schon jetzt wieder? War eine Weile, ich hab's nicht mehr im Kopf. Genau, ähm, ähm, und, äh, geplant sind diese Radioisotopenbatterien bisher für den Mars, Mars Rover 2020, ähm, die eine Dragonfly-Mission, die vielleicht kommt, das ist ja eine Finalistin und zukünftige Mondlander, und da gibt es sozusagen ein Vorzugsrecht, äh, für diese Mission auf Plutonium-238 und deswegen haben sie gesagt, ja, vielleicht doch lieber die Discovery-Mission ohne Plutoniumplan, weil sonst haben wir am Schluss keines und müssen die Mission verschieben oder absagen. Und, äh, jetzt meinten sie aber, weil wir doch so zuversichtlich sind, dass wir genügend Plutonium produzieren, äh, bis 2022 sollen 1,5 Kilogramm produziert werden, ähm, wollen sie jetzt doch auch solche Radioisotopenbatterien für die Discovery-Mission erlauben? Ja, das sind letztendlich, äh, ziemlich, äh, kleine Mengen, die da produziert werden. Ja. Und, ähm, was, ähm, was quasi noch in einem größeren Bild erwähnt wurde in einem Artikel dazu, ist, dass, ähm, anscheinend das Planetary Budget, also das Budget für Planetary Science noch nie so gut gewesen sein soll. Also, Earth Observation und solche Sachen und Education wurden ja bei der NASA ziemlich geschlachtet durch Trump, ähm, aber das Budget für Planetary Science war noch nie so hoch mit 2,2 Milliarden US-Dollern und deswegen sind die Leute von der Planetary Science gerade eigentlich ganz zufrieden mit dem Geld, was wir bekommen. Ja, hat dann, hab ich auch so mitbekommen. Äh, wie gesagt, naja, ich, ich schätze es, da geht's im Wesentlichen auch irgendwie um, um Propaganda letzten Endes. Ja, also, äh, Earth Observation hat ja viel mit Klimaerwärmung zu tun und das findet die aktuelle US-Regierung ja nicht so spannend. Jo. Und, äh, deswegen, ähm, geht wahrscheinlich mehr Geld in die Planetary Science. Also, andere Planeten außer uns am eigenen, weil, äh, unser eigener ist ja nicht so wichtig. Leben ja nur drauf, aber das ist im Grunde immer interessant. Äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, äh, was soll ich sagen? Ähm, nein, äh, es ist mir nicht aufgefallen. Äh, ich wusste es schon seit Längerem, äh, Nigeria hat ein eigenes Raumfahrtprogramm, ähm, und auch eine, eine National Space Research and Development Agency. Was mir nicht bekannt war, ist, äh, die haben deutlich mehr als nur einen Satelliten gestartet. Die sind jetzt irgendwie schon bei Nummer vier oder so. Äh, durchaus interessant. Also, die hatten, der erste Start war irgendwie 2003 gewesen. Das war, ähm, ähm, in Kooperation mit anderen Ländern, äh, ein Disaster Monitoring-Satellit, äh, Nigeria-Sat-1. Ähm, dann hatten sie noch diverse andere, äh, 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 einen Nikom-Sat, also einen Kommunikationssatelliten, der in China gebaut wurde. Ähm, inzwischen wurde er auch, äh, ersetzt, weil der erste war irgendwie zwischendurch kaputt gegangen. Ähm, also, ähm, Nigeria baut diverse Satelliten schon. Äh, nicht unbedingt selber, äh, und das ist auch ein Problem, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, die geben letzten Endes, äh, vergeben die Aufträge an irgendwelche anderen Ländern und sagen dann, hier, äh, baut uns doch mal so einen Satelliten und den starten wir dann. Ähm, und dann habe ich mal so versucht, äh, rauszufinden, Mensch, äh, also der Hintergrund, wie komme ich jetzt plötzlich auf Nigeria? Äh, äh, mir ist ein Film irgendwann mal begegnet, äh, der nennt sich Invasion 1897, äh, davon hatte ich bloß irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ähm, äh, und, äh, ja, den gibt's jetzt auch im Internet zu sehen, den kompletten Film, nicht nur den Trailer. Äh, und da fiel mir diese nigerianische Raumfahrtagentur mal wieder ein. Äh, deswegen bin ich da drauf gekommen und, äh, hab dann versucht irgendwie mehr rauszufinden, ähm, was genau die machen, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen echt enttäuscht gewesen, äh, was, was das angeht, weil die halt wirklich, ähm, ja, die vergeben halt an Russland oder an die Ukraine oder an China irgendwelche Aufträge und dann wird dann halt so ein Satellit zusammengebaut und gestartet irgendwann. Äh, aber es scheint nicht so richtig viel an Ausbildung zu geben in Nigeria selbst. Das ist, äh, und ich hab auch irgendwo mal einen Artikel gefunden, ich find ihn jetzt gerade nicht mehr, äh, wo es sich halt auch ernsthaft beklagt wird, dass man halt, äh, im Wesentlichen Ausländer damit beschäftigt, aber, äh, für die, für die Ausbildung im eigenen Land nicht viel tut. Und, äh, obwohl da durchaus Leute sind, die sich dafür interessieren, äh, die auch Raumfahrt betreiben wollen, die, äh, versuchen eigene Feststofftriebwerke und sowas zu bauen und, äh, Teststände zu bauen, aber letzten Endes kriegen die halt überhaupt keine Unterstützung. Und, äh, und, äh, was die Feststofftriebwerke dann sind, ist halt letzten Endes, äh, das alte Ding mit Zucker und, äh, Kaliumnitrat, äh, was so, ja, äh, so beliebtes Ding zum Basteln ist, äh, womit sich schon viele Leute irgendwelche Hände und Ähnliches, äh, verbrannt haben. Ähm, aber halt, äh, durchaus mit, wird dann halt durchaus mit Anspruch, mit, also technischem Anspruch, äh, durchgeführt. Die haben halt nicht unbedingt das Geld dafür, ähm, sind, haben nicht unbedingt die besten Quellen für die Chemikalien, äh, haben damit dann Probleme und beklagen sich halt letzten Endes darüber, äh, ja, so richtig viel Unterstützung bekommen sie nicht. Was irgendwie schade ist, weil, ähm, am Anfang, was ich, was ich gelesen hatte, sah es halt doch so aus wie, hey, die haben dort ein echtes Raumfahrtprogramm und die haben da echte Ambitionen. Und, äh, dann liest du irgendwie von, von irgendwelchen Leuten, die dann tatsächlich in Kooperation mit dieser Raumfahrtagentur sind und dann sagen, naja, so richtig viel bringt das uns hier in Nigeria nicht. Was echt schade ist. Hm. Also kein Empowerment durch, äh, Raumfahrt. Ah, naja, vielleicht ja doch. Vielleicht hab ich auch noch nicht genug davon gesehen, aber es sieht grad nicht so aus. Vielleicht hat ja draußen irgendwie jemand, äh, da ein bisschen mehr Erfahrung mit, äh, vielleicht weiß da auch jemand einfach nur mehr, aber, ähm, ja, ich werd mal weiterlesen und ich, ich wollt bloß mal sagen, hey, es gibt da was. Ähm, und ich, ich hätte jetzt gerne etwas Optimistisches dazu zu sagen gehabt, aber, äh, war leider nicht. Ja, also nigerianische Raumfahrt kann man auch mal im Hinterkopf behalten für, ja, ich denke da, ich denke irgendwie wird da was kommen, weil, ähm, Nigeria ist, äh, ein echt großes Land, also gehört zu den zehn Größten, äh, nach der, nach der Bevölkerung, ist so auf einem Niveau mit Pakistan oder sowas. Äh, äh, okay, Pakistan sagt jetzt auch niemandem mehr was, ähm, also fast so viel wie Brasilien, ne, also, ähm, so knapp 200.000, also Nigeria ist ein echt großes Land, echt bevölkerungsreich, äh, wächst auch immer noch und, äh, und zwar relativ stark. Und, äh, äh, und, äh, das, das wird, äh, das wird nur ein wichtiges Land werden und da wird man aus der Ecke sicherlich auch noch einiges mehr hören. Mhm. Also, in, in, insofern bin ich da so grundsätzlich optimistisch, bloß das, was ich da ganz konkret gelesen habe an ein paar Stellen, hat mich jetzt doch eher etwas pessimistischer gestimmt. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich werd noch ein bisschen weiter gucken, äh, vielleicht find ich doch noch was besser. Äußeres, ähm, und, und, äh, wenn ich was finde, werd ich mich bei einem Podcast mal wieder melden dazu. Bei diesem? Bei diesem, ja, genau, bei diesem. Genau, ähm. Bei einer Podcast-Ausgabe, äh, ja, wie, wie nennt man diese Podcast-Ausgaben? Das nennt man doch eigentlich schon Podcast? Was meinst du? Was meinst du? Beim nächsten Podcast, sagt man, wir sind doch auch beim nächsten Podcast. Wir sagen bei der nächsten, äh, Episode oder Folge. Ausgabe, stimmt. Genau, voll, genau, bei der nächsten Ausgabe, bei der nächsten Iteration dieses Podcasts. Genau, ähm, wahrscheinlich, äh, ist das bloß amerikanischer Sprachgebrauch. Das kann sein. Ich hab in letzter Zeit zu viel amerikanisches Zeugs. In der nächsten Podcast, ja, ich glaub, die sagen, Amerika sagen sie Podcast Episode. Ja, hm, ich weiß nicht. Irgendwas ist da in meinem Kopf hängen geblieben. Ich weiß nicht, wieso. Gut, ähm, ich komm mal, äh, zurück zu New Space, ähm, über Zero to Infinity haben wir schon öfters geredet, die bauen ja die Bluestar-Rakete, die an einem Höhenballon hängen soll, oder haben sie auch schon getestet und dann quasi von diesem Höhenballon auch gestartet werden soll. Ähm, ist ein interessantes Projekt, die sind auch sehr vielversprechend, haben ja schon einen kleinen, kleinen Test durchgezogen und, äh, ja, ähm, schauen jetzt, dass sie, ähm, weiterentwickeln. Ähm, ihre, ihre Timeline hat sich halt ein bisschen verschoben. Es hieß, glaub ich, äh, erste kommerzielle Nutzlast Anfang 2019, soweit ich, äh, das richtig im Kopf hab. Genau, ähm, aber im Januar hieß es dann vom, ähm, äh, hieß es dann von Zero to Infinity, dass sie das nochmal ein bisschen verschieben werden, weil sie sich erstmal auf ihr Hauptbusiness, was grad das meiste Geld einspielt, konzentrieren wollen, dass einfach diese Höhenballons sind ohne Rakete. Also anscheinend wollen sie erstmal ein bisschen Geld verdienen, um dann ihre Raketen bauen zu können. Ja, die, die meisten Verschiebungen sind ja immer nach hinten, gibt nur sehr wenige, gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Ja. Übrigens gab jetzt eine Ausnahme, äh, von, ich mach das mal ganz kurz, ganz nicht viel. Äh, ja, äh, SpaceX will ja demnächst die Iridium-Satelliten starten und eigentlich hieß es, äh, ich glaub heute sollten die, wollten die heute oder morgen oder so. Ja, kann sein. Und dann hat Iridium ein Problem mit einem von den zehn Satelliten gefunden und gesagt, äh, geht grad nicht. Und, äh, haben das Ganze erstmal pauschal auf Samstag verschoben und gehofft, dass es bis dahin, äh, irgendwie gefixt kriegen. Und sie haben es gefixt gekriegt und haben so gesagt, hey, Leute, wir können schon am Freitag. Also ein der ganz wenigen Fälle, wo ein Start mal irgendwie erst nach, erst nach hinten verschoben wurde, aber dann wieder nach vorn. Selten genug. Ähm. Genau, äh, zurück zu Zero to Infinity. Ähm, die haben jetzt angekündigt oder haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Düsen im 3D-Druckverfahren herstellen werden. Ähm, ihr Triebwerk heißt Tede, äh, beziehungsweise Tede 1, äh, benannt nach dem, äh, nach der höchsten Erhebung im spanischen Staatsgebiet, nämlich dem inaktiven Vulkan Tede auf Teneriffa. Und, ähm, 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 gedruckt werden diese Düsen von der Andalusianischen, äh, Foundation for Aerospace Development, äh, FADA, ähm, die unter anderem quasi von, glaube ich, von Boeing, Air and Space, äh, quasi finanziert werden. Die sitzen auf jeden Fall im Board, also es ist im Grunde so eine Boeing Non-Governmental Organization oder Governmental Organization und, äh, das, äh, die, das Labor, wo sie das gedruckt haben, ist das Advanced Center for Aerospace Technology. Äh, aber ich fand spannend, dass es eine, eine, eine Non-Profit Organization macht. Also die Non-Profit Organization, äh, druckt quasi für Zero to Infinity diese, diese, ähm, Düsen für das Triebwerk. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so ein endlich spannend, äh, zumindest nicht mehr, weil irgendwie gefühlt macht das jetzt echt jeder. 3D-Druck? Ja. Nee, ich meinte, dass das eine... Gerade mit Raketentriebwerken. Das, das ist nicht neu, aber dass, das, äh, das von der NG, äh, von der Non-Profit Organization gemacht wird. Ja, wie das halt so in Europa ist, ne, die Leute kriegen, kommen nicht so richtig an Geld ran, die kommen auch nicht so richtig an Venture Capital ran oder irgend sowas, was du halt in den USA im Zweifelsfall mal noch bekommst, äh, dass du einfach sagst, irgendwie auch an reiche, äh, Individuen, dich wendest und sagst, hey, wir brauchen hier, wir wollen hier ein Raumfahrtprogramm oder eine Rakete bauen und wir bräuchten Geld. Und, äh, willst du nicht? Und dann irgendwie kriegen die das hin, dass die dann tatsächlich Geld bekommen. Das heißt halt in Europa meistens nicht so richtig. Da geht das dann meistens um, über irgendwelche europäischen Programme. Ich meine, die ESA hat jetzt auch vor kurzem, äh, im Programm aufgelegt, äh, zu sagen, ja, wir hätten gerne ein paar Micro-Launchers, also irgendwelche kleinen Raketen, die kleinen Satelliten starten können und haben dann Preisgeld für 10 Millionen ausgelegt. Ähm, äh, und, äh, ja, letzten Endes die Teilnehmer sind dann irgendwie so die üblichen Verdächtigen. Äh, ich glaub sogar, die, die Hersteller von der Vega-Rakete sind dabei. Ähm, Zero to Infinity sind, glaub ich, auch dabei. Äh, PLD Space ist dabei. Äh, ja, halt Leute, die schon lange aktiv waren in dem, in dem, äh, in dem Sektor und das eigentlich auch schon davor gemacht haben. Und, äh, ist halt ein merkwürdiger Wettbewerb, wenn gesagt wird, ja, wir schreiben einen Wettbewerb aus und die, mit, und die Teilnehmer sind eigentlich von vornherein schon klar. Da kann man auch gleich sagen, okay, wir geben den Leuten das Geld zur Entwicklung. Äh, ja, es sind irgendwie alles etwas merkwürdige Methoden, die man hierzulande benutzt. Ja. Ähm, und, ähm, zurück zu Bluestar, also Bluestar soll in der ersten Stufe, also in der Booster-Stufe sechs TD-2, also größere TD-1-Triebwerke haben, nennen sich dann TD-2. Äh, in der zweiten Stufe sechs TD-1-Triebwerke und in der dritten Stufe nochmal ein Triebwerk. Ja. Und, ähm, ja, schauen wir mal wahrscheinlich dann. Ja, was ganz lustig ist, was ganz lustig ist, also die, die Rakete sieht ja aus wie, äh, letzten Endes zwei Rettungsringe übereinander gestapelt und oben noch eine Kugel drauf. Mhm. Äh, und, äh, in jeder dieser Rettungsringe hat nach unten hin gerichtet, äh, die Raketentriebwerke, also diese Rettungsringe sind halt, also, der, ich, für mich sieht das halt echt wie Rettungsringe aus, ne. Ähm, sind halt letzten Endes Drucktanks und, äh, ja, da sind dann halt die, die Triebwerke dran montiert und die sind untereinander auch verbunden, soweit ich weiß, also irgendwie gibt's da so, so, äh, ah, wie nannte sich das gleich? Ich komm grad nicht drauf. Crossfeed. Crossfeed, genau. Ähm, und die Idee ist halt, dass man, äh, dass man alle Triebwerke, am Anfang alle Triebwerke gleichzeitig benutzen kann. Also, so heißen alle Triebwerke der ersten zwei Stufen oder der ersten drei Stufen sogar, äh, ja, werden halt gleichzeitig benutzt. Mhm. Und hat dann von Anfang an einen höheren Schub einfach und braucht nicht ganz so viele Triebwerke. Mhm. Dann wird die unterste Stufe abgetrennt und so weiter und so weiter. Genau, also anstatt wie bei herkömmlichen Raketen, wo das aufeinander gestapelt ist, ist es hier ineinander gesteckt. Genau, äh, wobei es natürlich auch so ist, also, äh, bei der Soyuz-Rakete hat man ja auch letztendlich die Booster als erste Stufe. Ja. Und die Zentrale, den zentralen Booster als zweite Stufe und die werden natürlich auch gleichzeitig benutzt. Also, das ist jetzt nix, äh, es ist keine Revolution. Äh, aber es ist was Neues, dass das Ganze halt von einem, äh, von einem Ballon gestartet wird. Ja. Wer, wer Ähnliches vorhat, äh, aber wo wir noch skeptisch sind, dass er das hier machen wird, ist, äh, ein Amerikaner namens Mad Mike, ähm, den von dem ihr vielleicht gehört habt. Äh, das ist ein Typ, der glaubt, dass die Erde flach ist und, äh, sich eine Rakete gebaut hat und diese auch gestartet hat, um zu überprüfen, ob das tatsächlich so ist, weil er vertraut natürlich dieser NASA nicht. Und, ähm, ja, er wollte schon letztes Jahr Ende 2017 diese Rakete fliegen, hatte dann aber logistische Probleme und irgendwelche Probleme mit Ventilen und es wurde immer wieder verschoben. Aber jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Er saß auch drin, ähm, was ihm wahrscheinlich den Beinamen Mad eingebracht hat. Also, der hat sich in seine eigene Selbst... Hat er wohl schon zuvor gehabt, aber ja. Ja, genau, also, ja, er flog mit dieser Rakete 571,5 Meter hoch, ähm, und, äh, landete dann per Fallschirm, ähm, ist ihm scheint auch soweit nichts passiert zu sein, er hatte sich irgendwie am Rücken verletzt, aber darauf, aber bis, aber davon abgesehen, scheint er ganz gesund gewesen zu sein, ähm, und, äh, ja, will jetzt, äh, langfristig ein, eine Rakete bauen, die er Raccoon nennt, also wie Cocoon. Und, äh, das ist eine Rakete, die dann wie bei Brewster in einem Höhenballon hängt und, äh, dann, ähm, ja, äh, quasi ab einer gewissen Höhe gezündet werden soll und damit will er 109 Kilometer hochkommen, also dann offiziell bis in den Orbit. Und, äh, weil ihm das noch nicht anstrengend genug ist, will er jetzt auch noch für, als Governor von Kalifornien kandidieren. Ja, als Governor kandidieren, das, äh, haben schon viele gemacht. Ja, und, äh, Governor von Kalifornien, da gab es ja auch andere Berühmtheiten, wir erinnern uns an einen Governor. Ja, und, ähm, ja, es ist ein interessantes Projekt. Ich finde es, ich finde es sehr spannend, weil, ähm. Ich glaube, der hat doch einfach bloß, äh, Wasser genommen, ne? Wasserdampf. Für seinen Antrieb. Das weiß ich nicht. Ich glaube, auf die technischen Details bin ich jetzt nicht so eingegangen in meiner Recherche. Ja, der hat, der hat einfach bloß einen Tank genommen, den aufgeheizt, äh, und dann halt, ja, weil halt, wenn man dann halt viel Druck hat, einfach, äh, das nach hinten rausgehauen. Ja. Und, ähm, ja, ich finde es sehr spannend, wenn er das dann tatsächlich schaffen würde, also 109 Kilometer hochkommen und dann sieht, dass die Erde tatsächlich rund ist, also eine Kugel, ähm, was dann passiert. Moment, Moment, äh, das, das wird er wohl nicht, äh, der will ja nachweisen, dass die Erde eine, eine Scheibe ist, also eine, eine, ein diskusförmiges Dingens sozusagen. Wie ein Frisbee. Er wurde gefragt, ob er glaubt, dass die Erde wie ein Frisbee aussieht und er meinte, ja. Dann fliegt er halt hoch und, äh, dann guckt er um sich rum und sagt, hm, sieht wie eine Scheibe aus, ist rund alles, ne? Und ich meine, wenn du, wenn du von oben auf eine Scheibe runterguckst, dann sieht das fast genauso aus. Aber der müsste ja, ja, um die ganze Welt sehen im Grund. Also er muss ja dann bis, keine Ahnung, bis nach Australien sehen können. Ich, ja, dann kann er einfach sagen, ja, da, da, bis dahinten konnte ich nicht sehen, weil, äh, da war zu viel Dunst. Ja, ähm, also es ist ein sehr kurioses, äh, eine kuriose Geschichte. Ähm, ich verfolge den auf, der ist sehr aktiv auf Facebook, also der liefert sich da auch regelmäßige Kommentargefechte mit Kritikerin und, ähm, kann man auch Facebook auch verfolgen. Der postet da regelmäßig alles Mögliche. Hm. Okay, äh, ich hab direkt jetzt keine, keine Nachrichten weiter. Ähm, ähm, genau, Iridium hast du schon erzählt. Ich glaub, wir sind tatsächlich durch, bis auf ein letztes Thema, äh, wo wir beide ja so ein kleines Twitter-Diskussion hatten. Eine kleine Twitter-Diskussion. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Willst du davon erzählen, oder soll ich? Äh, naja, es ging ja darum, dass die ESA einen Praktikumsvertrag, ein Angebot für ein Praktikum gemacht hat. Nicht die ESA, sondern das Europäische Astronautenzentrum. Das Europäische Astronautenzentrum, das aber zur ESA gehört. Genau, hat einen Praktikumsplatz im Bereich Social Media und Kommunikation ausgeschrieben. Jo, in Köln. In Köln. Und dieser Praktikumsplatz ist offiziell, also ist ein offiziell unbezahltes Praktikum, aber sie vergüten das Praktikum mit 300 Euro, wenn man direkt in Köln wohnt und wenn man mehr als 50 Kilometer pendelt, dann, äh, mit 600 Euro. Jo, das klingt großzügig, aber ist es nicht. Eigentlich nicht dem, was das deutsche Gesetz dafür so vor ist. Man muss dazu sagen, ist ein Vollzeitpraktikum, also 40 Stunden im Monat, ähm, äh, nee, 40 Stunden in der Woche. 40 Stunden im Monat, dann würde das hin kommen. Nee, 40 Stunden, also ein Vollzeitpraktikum, 40 Stunden in der Woche, 5 Tage, äh, also ganz normal werktags und, ähm, dann habe ich überlegt, hm, das soll, ähm, es wird reingeschrieben, ideellerweise 6 Monate gehen und ab 3 Monaten ist ja laut deutschem Mindestlohngesetz vorgeschrieben, dass ein Praktikum mit Mindestlohn bezahlt werden muss. Also wenn es länger als 3 Monate geht, muss ab dem ersten Tag Mindestlohn bezahlt werden. Und das wären etwa 1400 Euro im Monat bei, bei Vollzeit und, ähm, das liegt ja weit unter den 600 Euro, die die ESA zahlen will. Und dann habe ich einfach mal so den Marco Trovatello angeschrieben, äh, der das quasi Praktikum betreuen wird, also meinte, man könnte dann mit ihm arbeiten, ähm, und habe ihn gefragt, ja, wer das ist mit dem Mindestlohngesetz und er meinte dann, ja, die ESA ist ja eine IGO und mehr hat er dazu nicht gesagt. Ja, äh, was immer etwas blöd ist, wenn man eine korrekte Antwort gibt, aber nicht sagt, wieso die Antwort korrekt ist. Was, äh, was irgendwie, äh, man, bei manch unbeleckten Menschen, äh, doch sehr, äh, sehr merkwürdige Reaktionen provozieren kann, wie zum Beispiel von mir. Weil ich habe dann einfach mal nach dem deutschen Gesetz geguckt, weil das, das Ding wird ja in Deutschland angeboten und habe dann gesagt, ja, nö, ist halt fällig, Punkt. Genau. Wieso sollte bei euch kein deutsches Gesetz gelten, ist ja in Köln. Aber die ESA ist eine IGO, eine Intergovernmental Organization und die haben sehr, sehr spezielle, ähm, Rechtslagen, die ich sehr spannend finde, denn im Grunde, ähm, hat die ESA eine eigene Gerichtsbarkeit. Ja. Also die, die haben halt eine eigene, boah, wie, die haben, boah, wie, wie, wie nannte sich das Ding? Äh, nicht eine Verfassung, irgendwie so eine Convention oder irgend sowas haben die halt, äh, rausgegeben. Also ein eigenes, legales Schriftstück, äh, das halt, äh, letztendlich die Gründungsurkunde ist, wo dann halt alle Rechte und alle Immunitäten festgelegt sind. Und diese Immunitäten sind durchaus lustig zu lesen, äh, weil, also, was ganz offensichtlich sehr dringend notwendig war, war, dass, äh, die Immunität dieser Mitarbeiter nicht gilt für irgendwelche, äh, Verkehrsunfälle. Genau, das wurde jetzt, glaube ich, kürzlich entschieden. Ja, aber nicht nur an einer Stelle, also das, das wird, das wird irgendwie an drei oder vier Stellen da drin mindestens, äh, irgendwie genannt. Also du bist, äh, du bist vor Rechtsverfolgung in irgendwelchen Staaten letzten Endes sicher für alles, was du, äh, im Auftrag der ESA machst. Aber wenn du im Auftrag der ESA mit dem Auto von A nach B fährst, äh, dann bist du trotzdem noch für alles verantwortlich, was du mit deinem Auto machst. Was wohl früher nicht so war, äh, so, also, ich meine, ist halt wie jedes Schild, ne? Äh, bitte stecke keine, bitte stecke keine, ähm, lebenden Tiere in die Mikrowelle zum Trocknen oder so, ne? Also muss ein Problem gewesen sein. Wenn man sich das ganz auf Wikipedia anschaut, da würde ich empfehlen, den englischen Wikipedia-Artikel zu nehmen, weil der deutsche Wikipedia-Artikel ist im Grunde ein Witz. Ähm, und da wird explizit auch auf, ähm, Arbeitsrecht eingegangen. Und da wird gesagt, also die Immunitäten von nationalen Rechten, äh, ähm, weitet sich auch auf das Arbeitsrecht aus. Und, ähm, 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 und genau, es müssen, ähm, vertretbare Alternativen innerhalb der, der Intergovernmental Organization vorhanden sein, um nationale Arbeitsrechte zu, äh, ersetzen. Und, ähm, und, äh, es gibt da auch einen, ein Gerichtsspruch, ähm, eines niederländischen Gerichts, die gesagt haben, dass zum Beispiel bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, es gibt nämlich das, ähm, Administrative Tribunal of International Labor Organization. Also es gibt extra einen Gerichtshof für Streitigkeiten im Arbeitsrecht für internationale Organisationen. Und, ähm, die haben gesagt, ja, wir haben hier einen, wir haben hier einen Rechtsfall von anscheinend einer niederländischen Person. Und, ja, wir, wir veranschlagen mal für diesen Gerichtsverfahren 15 Jahre. Und dann hat ein niederländischer Gerichtshof gesagt, nee, 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 also so lange könnt ihr das nicht rauszögern. Also es gibt da schon Rechtsprechung anscheinend. Ähm, aber, ähm, ja, die Sache mit dem Mindestlohn, äh, ist da so eine schwierige Sache. Es gibt anscheinend in der ESA schon, äh, Mindestlohnregelungen. Und, ähm, ja, also Mitarbeiter, da wird einfach der, ähm, der, 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 das Gehalt an den, an den jeweiligen Mindestlöhnern oder, ja, angemessenen Gehältern des jeweiligen Arbeitslandes angepasst. Ähm, aber anscheinend, äh, gilt das nicht für Praktikantinnen und Praktikanten. Ja, ähm, ist natürlich für die, ist natürlich für die, äh, für die ESA auch entsprechend, äh, entsprechend schwierig. Ähm, immerhin, du hast dort eigentlich Länder drin, also du hast von, du hast Rumänien, äh, doch ja, ist Rumänien hast du mit drin. Äh, du hast Estland, Lettland, Litauen, äh, nicht unbedingt als Member State, ich weiß nicht, die sind hier etwas hellgrauer. Aber auf jeden Fall Estland hast du zum Beispiel dabei, du hast Portugal dabei, äh, du hast aber auch Norwegen mit dabei und Kanada mit dabei. Du hast Griechenland dabei, du hast, äh, ja, also, ähm, die Slowakei mit dabei oder Ungarn. Ähm, und, äh, ja, die haben halt völlig unterschiedliche, äh, die haben halt völlig unterschiedliche, äh, äh, völlig unterschiedliche Gehaltsstrukturen, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Also, Moment, es gibt hier welche, die haben Cooperation Agreements mit der ESA. Das sind Bulgarien, Kroatien, Zypern, äh, Lettland, Litauen, Malta und die Slowakei. Ja, aber wie gesagt, äh, die, die Gehälter dort sind dann halt doch ziemlich unterschiedlich letzten Endes. Ja, aber ich hatte halt gedacht, dass, ähm, 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 wenn man in Deutschland, im deutschen Staatsgebiet, wo man dann halt auch einkaufen muss und sein Leben davon bezahlen muss, ein Praktikum macht, dass man vielleicht doch da so fair ist, dass irgendwie einen Mindestlohn anzupassen. Ich, äh, bezweifle auch, dass die ESA-Mitarbeiter in Französisch-Goyana an die lokalen, äh, an die lokalen Gehälter angepasst werden. Ja, aber ja. Aber ich fand das, ich fand das irgendwie, ähm, irgendwie auch schade, dass da nur gesagt wird, ja, es ist halt ein IGO, müssen halt keinen Mindestlohn zahlen für unsere Praktikantinnen und Praktikanten. Und, ähm, ja, das ist halt, äh, hab ich dann so gewitzelt, ja, das Raumfahrt ist halt nur was für reiche Leute. Ja, ähm, wird ja auch von reichen Leuten betrieben, ne? Ich meine, in den USA ist ja jetzt zur Zeit das Milliardärshobby. Ja, genau. Und vielleicht, vielleicht, äh, sie hat die ESA das jetzt eingesehen und meint, ja, unsere Praktikanten müssen auch ein gewissen, ein gewisses, ein gewisses Grundeinkommen von sich selber mitbringen, weil, ähm, ähm, vielleicht können dann Elon Musk Kinder mal ein Praktikum bei der ESA machen. Oh, warte mal, hier hat jemand ein, äh, vom, vom Hubble Space Telescope so ein Diagramm gemacht, wann es, wann es denn starten sollte. Ja, das habe ich, habe ich auch vorhin erwähnt, äh. Das wurde von, von 1977 an, ja, und am Ende halt 1990 gestartet, äh, es ist schon, ja, Monate bis zum Start, am Anfang noch 72 Monate, das, also, irgendwie 1900, 1986 sah es schon mal so aus, wie jetzt kommt's gleich und dann hat sich alles nochmal um vier Jahre verzögert. Ja, hauptsächlich Space Shuttle. Space Shuttle, Shuttle, ja, äh, Punkt 5, Challenger Disaster, Punkt 6, äh, Shuttle Recovery Delayed, äh, 7, äh, More Shuttle Delays, 8, Revised Shuttle Schedule, 9, Revised Shuttle Schedule, 10, äh, Swap of Military Payload, 11, Revised Shuttle Schedule und 12, Replace Booster Rocket. Äh, 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 und Punkt 2 war auch schon Shuttle Debut Delayed. Ja, ne, und dann halt, äh, Punkt 3 war, äh, HSD, also Hubble Space Telescope, Technical and Management Problems und, äh, Test Behind Schedule. Also, ja, ne, eigentlich die, die technischen Probleme waren gar nicht so sehr das Problem, das größte Problem war, das Ding da hochzubringen. Und, äh, ja, Shuttle war halt auch so ein Problem, ne, aber hier wäre es halt gut gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, hey, wir bauen einfach bloß ein, äh, ein Teleskop, das eine Rakete angepasst ist oder wir passen die Rakete dem Teleskop an und nicht das Teleskop der Rakete. Ja. Äh, kommen wir mal zur Raketenvorhersage. Moment, jetzt, es kommt doch jetzt eine ganze, eine ganze Menge hier auf einmal. Ja. Es ist nicht viel an einem Tag genau. Am 29. März, äh, ich krall mir die jetzt einfach mal. Also, ursprünglich war es noch eine Falcon 9, aber die ist jetzt am 30. Äh, eine GSLV Mark II mit GSAT 6a. Und jetzt werden die Uhrzeiten wichtig. Das ist, äh, nach unserer Ortszeit 13.26 Uhr. Nicht 12.26 Uhr. Sind wir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden? Das ist GMT. Wir sind GMT plus zwei, weil wir haben Sommerzeit. Ah, okay, sind wir wieder GMT plus zwei. Genau. Äh, vom Satish Dhawan Space Center in der Shriharikota, Indien. Und ich entschuldige mich für meine Aussprache. Äh, Kommunikationssatellit. Dann 29. März, ungefähr 18.45 Uhr, äh, deutscher Zeit, eine Sayus-21V mit MK. Das ist ein russischer Militärsatellit. Ähm, genau, vom Pläsetz-Kosmodrom in Russland. Ja. Sojus-21V ist die ohne Boosteringsrum, aber mit dem NK-33-Triebwerk in der Mitte. Mhm. Diese etwas merkwürdige Konstruktion da. Äh, die irgendwann mal von der, von der Angara 1, äh, ersetzt werden soll. So, auch nochmal, 29. März, äh, um 19.50 Uhr unsere Zeit, äh, ein Baidu-Satellit mit einer langen Marsch-3B-Rakete. Äh, Baidu ist, äh, sind zwei Baidu-Satelliten, äh, was letzten Endes das Äquivalent zum GPS oder zu Galileo ist. Äh, nur eben chinesisch. Genau. Dann 30. März jetzt eine Völkeneun mit Iridium Next 41 bis 50 Satelliten. Äh, Startzeitpunkt ist 16.19 und 49 Sekunden, also ein instantanes Startfenster, äh, von der Wendenberg Air Force Base in Kalifornien. So, und dann noch am Ostersonntag, wenn ich mich nicht irre, der 2. April. Ne, ich glaub, äh, Ostermontag. Und ist das Ostermontag? Ostermontag, ja. Ja, Ostermontag, Entschuldigung, äh, um 22.30 Uhr unsere Zeit, äh, endlich mal was Angenehmes, der Start von, äh, CAS 14, äh, mit einer Völkeneun-Rakete vom Cape Canaveral aus. Genau. Dann übrigens auch übertragen von NASA TV, wurde angekündigt. Ja, ist ja, ist ja, ähm, Commercial Resupply Mission, also NASA-Ding. Dann 5. April, eine Ariane 5 mit Superbird 8, DSN 1 und Hülers 4. Ähm, 23.34 bis, äh, 0.24 Uhr, ähm, von Kourou, Französisch-Gurianer. Superbird 8, DSN 1, ähm, sind alles und Hülers 4 sind Kommunikations-Satelliten. Ähm, genau. Superbird 8 gebaut von Mitsubishi. Ähm, genau, ist ein Hybrid, also genau, das hatten wir schon mal, Hybrid-Kommunikations-Äh, Satellit von Tokio. Genau. Mit der Tokio-Based Sky-Perfect-JZ-Cooperation. Und dem japanischen Verteidigungsministerium. So, nehmen wir den 12. noch mit, ja. Nehmen wir noch mit, PSLV, äh, 12. April, äh, mit ihr NS1L, den hatten wir noch. Den hatten wir schon auch schon. Wann wird der, wird er auch schon zigmal verschoben. Ja, ja, verschoben vom 23. März. Genau, ja, also, ähm, noch nicht gestartet, äh, so langsam, so langsam hat man's sogar im Kopf, also das ist schlimm. Hm, das ist schlimm, wenn man sich dran erinnert, dass man das schon dreimal angekündigt hat. Ja, ja. So, und dann am gleichen Tag noch in der Atlas 5, äh, mit AFS-PC 11, äh, frag mich nicht, für die Air Force. Warte kurz, ähm. Multiple Military Experiments. Genau, Air Force Eagle Satellite Hosting, genau, Multiple Air Force Experiments, gut. Ähm, das ist dann, äh, 0 Uhr bis, äh, 4 Uhr deutscher Zeit. Also, 0 Uhr, jetzt ist es schon im Grunde 13. April. Genau, das war's jetzt erstmal für, äh, diese zwei Wochen. Irgendwann kommt dann auch der erste Block 5, äh, von der Falcon 9, aber die kündigen wir dann nächste Woche an. Genau, äh, in zwei Wochen. Gut, nächstes Mal, nächste Folge. Nächste Folge, dann wünschen wir euch schöne Ostern, ein, äh, frohes Hasenfest oder auch ein frohes Pessachfest, fällt ja auch auf dieses Wochenende. Ja. Und, ähm, ja, kommt gut durch die Feier. Die Zeiten, es gab ja mal Zeit, da haben die Leute grundsätzlich dicke Eier gewünscht. Ja, wir wünschen euch, ähm, dass, äh, dass ihr alle Eier findet und, äh, wenn nicht, äh, dann wächst ein Eierbaum aus dem vergrabenen Ei. Ja, ähm, hey, es, es schneit gar nicht mehr. Es hat heute geschneit. Ja, das glaub ich dir. Äh, ja, immerhin, äh, nee, ich, also, die, die Befürchtung, dass man Eier suchen im Schnee muss, äh, gehen langsam wieder zurück. Aber ich hatte sie heute schon. Egal, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.